Mein Name ist Müller Daniel, ich bin von Bird & Wild, ich bin einer der Vorsitzenden des Jugendsport, BMX und Skatesport Vereins. Wir selber sind aus Berlin-Spandau und fahren halt gerne BMX und versuchen den Kids eine Alternative gegen Scheiße bei uns zu geben, dass sie Sport machen und sich nicht immer mit anderen Sachen beschäftigen, die sie nicht weiterbringen. Und da ihr Verein dasselbe macht, unterstützen wir ihn tatkräftig. Karma Wilders, auf der ganzen Welt und in ganz Deutschland! Ja! Ja!